Jetzt gilt es die Physikbausteine gezielt einzusetzen. Probieren wir dieses Spiel zu programmieren. Wir haben einen Ball und der Ball muss vom UFO aufgehalten werden. Er prallt natürlich vom Rand und vom UFO ab. Überlegen wir uns was wir dazu brauchen. Das UFO muss ein festes physikalisches Objekt sein und somit hat es als Bewegungstyp, andere prallen davon ab. Zusätzlich soll es mit der Neigung des Handys gesteuert werden. Die x-Position muss somit mit der x-Neigung gesteuert werden. Der Ball bewegt sich, somit hat er als Bewegungstyp Aufprallen mit Gravitation. Da der Ball immer nach unten fliegen soll, müssen wir auch eine Schwerkraft in die minus y-Richtung setzen. Damit er richtig abprallt vom UFO, muss ein Geschwindigkeit bekommen, wenn eine Kollision mit dem UFO stattfindet. Du siehst also, dass wir für dieses Programm einige Konzepte brauchen. Viel Erfolg beim Lösen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! 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 Tschüss! Tschüss! Tschüss!